Hallo und herzlich willkommen zu GMP1 TV. Es ist mal wieder Fight Week und die ist für einen Kämpfer aus Deutschland in dieser Woche ganz besonders wichtig, Niklas Stolze. Die Green Mask aus Magdeburg steht nämlich vor dem zweiten UFC-Kampf. Nach ein paar turbulenten Tagen in der Fight Week selbst ist es jetzt doch noch zum Kampf gekommen. Jared Gooden in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Ganze ab 3 Uhr live auf der Zone und auf UFC.tv im Fight Pass. Und wir haben uns natürlich kurz vor knapp noch mit dem Magdeburger unterhalten. Das Interview, das gibt es jetzt. Die Bildqualität hat ein bisschen gelitten. Das liegt an Zoom leider. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja um die Inhalte. Also viel Spaß beim Interview mit Niklas Stolze. Drückt ihm die Daumen. Ja Niklas, ich sag mal, ursprünglich gegen Munial Assess geplant, kurz in den Co-Made-Event hochgerutscht und jetzt mit neuem Gegner drei Tage vorm Fight. Ich sag mal, das waren wohl turbulente letzte 24 Stunden für dich, oder? Ja, auf jeden. Ich habe mich gestern schon zu Genüge aufgeregt. Ich bin hier in meinem Zimmer hoch und runtergerannt und habe gegen die Wand geboxt. Einfach weil das Verhalten so extrem unprofessionell war. Weißt du, ich meine, das war halt so, wie es halt eigentlich nicht laufen sollte. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt ist Jared da und jetzt geht es am Samstag trotzdem ab. Wir müssen natürlich trotzdem ein bisschen über diese ganze Situation sprechen. Also wie kam das denn jetzt überhaupt raus? Weil im Endeffekt hast du ja quasi die News gebraked fast schon, dass dein Kampf ja ausfällt oder dass dein Kampf verändert werden muss. Ja, also ich habe letzte Woche Donnerstag schon auf Instagram von jemandem eine Nachricht bekommen auf einem Profil, wo man kein Profilbild sieht und der keine Leute folgt, sondern nur so zwei, drei Leuten gefolgt hat und so. Und der hat mir geschrieben, dass Monir Visumprobleme hat. Und ich habe das aber, weil ich halt, ja wie soll ich sagen, das nicht so lesen wollte und mir dachte, alter, das kann gar nicht passieren, dass der Visumprobleme hat, weil der Kampf steht seit Wochen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt erst sich um sein Visum kümmert. Ich habe das gelöscht und habe dann auch mit Schumpf und Tim eine Ansage bekommen, dass sich das Leute auch gleich Tim melden können und so, dass man da halt gleich hinter sich hinter klemmt, aber habe das nicht für ernst genommen. Dann habe ich ein Bild gepostet am Freitag, da hat auch noch mal jemand drunter geschrieben, scheint ja so, dass Monir Visumprobleme hat und nicht in die Staaten kommt. Dann dachte ich mir schon so, hm, dann habe ich das schon einmal angesprochen an Sascha, der hat dann gesagt, du hältst mal den Mund, dass sowas passiert nicht, dass sowas gibt es nicht, das ist Quatsch. Naja, und dann am Dienstag, also am Montagabend, oder nee, Dienstagmorgen war dann, kam die Bombe. Also, glaube ich, ja, am Dienstag, ja, am Montagabend wusste es dann halt Tim, man hat es mir nicht mehr erzählen wollen und dann aber am Dienstagmorgen war dann halt sozusagen offiziell, dass er Visumprobleme hat, nicht in die Staaten reisen kann und, ja, meiner Meinung nach wahrscheinlich sich einfach nicht richtig professionell darum gekümmert hat oder, was heißt, wenn die das Visum nicht zulassen, dann lassen die das Visum nicht zu, fertig aus, da kann er dann nicht viel machen, aber er kann Bescheid geben und kann allen Offiziellen mitteilen, dass es dort Probleme gibt und das ist halt nicht passiert, weil ich meine mal, wenn ein Sean Shelby, der unser Matchup zusammenfügt und uns ins Co-Main-Event rückt, der das am Dienstagmorgen oder am Montagabend erfährt und aus allen Wolken fällt, dann braucht der Junge mir nicht erzählen, dass der das jedem erzählt hat und jeder wusste, dass er nicht kommt, weißt du, wie ich meine? Das ist halt, ja. Ja, vor allem hat er ja ein paar Mails veröffentlicht aus seinen Instagram-Stories, da geht er hervor, dass er irgendwie, oder er hat gesagt, am 1. Juli war er in der Botschaft, am 7. Juli wäre schon die Absage gekommen, also wir haben jetzt den 28. heute, wenn wir miteinander sprechen, also in drei Wochen, wenn es da ein Problem gibt, da könnte man ja eigentlich mal zumindest mal Andeutungen machen bei der Chefetage. Ja, genau das. Und das ist das, was ich meine und das ist das, wo ich dann halt auch ein bisschen so, halt, ja, keine Ahnung, das ist dann für mich, genau in dem Moment verliert dann halt der Typ halt auch meinen gesamten Respekt. Also jetzt, da es vorher war respektvoll und ich hätte immer gesagt, ja, ich respektiere den Jungen auch für seinen Kampfsport und bla, aber jetzt die Linie, die hat er überschritten. Er hat nämlich keinen Respekt vor meiner Arbeit und vor dem, was ich reingesteckt habe und dass ich halt auch schon drei Wochen hier bin und mich versuche, bestmöglich vorzubereiten. Der Junge lebt in Dubai und lebt, sage ich jetzt mal, in der Dubai-Wüste und ist extrem daran gewöhnt, in heißen Situationen oder in heißen Gegenden zu trainieren. Ich muss mich an alles gewöhnen. Ich komme hierher und versuche alles bestmöglich aufzustellen und versuche mich bestmöglich vorzubereiten. Ich stelle mich der UFC vor, bin mit allen UFC-Offiziellen in Kontakt, die wissen, um was es geht und, ja, keine Ahnung, mache halt meinen Teil und er hat ja auch anscheinend keinen Respekt davor, dass ich halt irgendwie die Arbeit hier reinstecke. Deswegen gibt es da auch keine guten Wörter mehr und auch keinen Respekt mehr, weil das ist für mich einfach unprofessionell und, keine Ahnung, halt auch, ist einfach nicht cool, ist einfach mir gegenüber nicht korrekt und meine Arbeit, die ich halt jetzt, weiß ich nicht, wie viele Monate, Wochen reingesteckt habe, um mich auf den jungen Mann vorzubereiten. Jetzt beim ersten UFC-Kampf letztes Jahr, also vor etwas mehr als einem Jahr, musstest du ja kurzfristig nach Abu Dhabi reisen, hattest ja dann auch die ganzen kurzfristigen Geschichten hinter dir, jetzt kommst du schon wieder zu einem kurzfristigen Wechsel des Gegners, also normal kannst du irgendwie auch nicht, aber wie frustrierend ist das da für dich in dieser Situation? Was soll ich sagen? Ich bin da nicht frustriert oder so. Ich sag mal, ich war gestern Morgen, ich war wütend. Ich war wütend im Sinne von, ich meine mal, das ist halt auch mein Leben, und das ist halt, an diesem Kampf fängt halt alles dran und es ist halt immer so, dass irgendwie beim, ich sag mal, jeder sagt, oh ja, jetzt den Kampf musst du abliefern, im MMA musst du in jedem Kampf abliefern, wenn du eine Niederlage in deinem Rekord hast, das ist halt einfach scheiße, ob das jetzt nur außerhalb von der UFC ist oder in der UFC. Das heißt, jeder Kampf ist halt so enorm wichtig und deswegen war ich halt extrem angespannt und genervt, aber jetzt muss ich sagen, es ist halt einfach so, ich bin top vorbereitet, ich habe so lange trainiert, ich habe so viele verschiedene Körper gespart, ich habe so viele verschiedene Sparringseinheiten mit verschiedenen Leuten gemacht, die jetzt nicht nur auch nur Munir betreffen, weißt du, auch in Planet Ita hatte ich viele Körper um mich drum herum, die jetzt vielleicht sogar eher dem Jared Gooden sozusagen entsprechen. Ansonsten hier im Syndicate in Vegas habe ich auch nochmal viele Leute gespart und habe mir Selbstbewusstsein geholt und ich weiß, ich kann mit jedem in den Käfig steigen und von daher ist mir das jetzt eigentlich auch egal, wer da jetzt kommt. Ich will am Samstag abliefern und will für meine Fans und die Supporter einfach und für mich und mein Team halt einfach abliefern, weil das haben wir uns halt verdient und ja. Jetzt hast du ihn gerade schon angesprochen, Jared Gooden, dein neuer Gegner, der jetzt mit auch sehr, sehr wenig Vorbereitung da reinkommt oder sehr wenig Zeit da reinkommt in diesem Fight. Wie würdest du ihn denn den deutschen Fans beschreiben? Also er ist jetzt 0-2 in der UFC, hat bisher gegen Abubakar Nomagomedov und gegen Alan Joben verloren, aber worauf musst du aufpassen und was ist denn seine Schwäche, die du nutzen willst? Also ich denke nicht, dass er jetzt so fit und so kardio-lastig in den Kampf kommt, dass er jetzt irgendwie drei Runden lang mit mir komplett schnelles Tempo geben kann. Wir müssen natürlich gucken, ich muss den Jungen auch ausführen. Ich mag es nicht vor dem Kampf irgendwie zu sagen, ja, das oder das oder das, sondern so nach einer Minute oder nach zwei Minuten im Kampf kann ich ungefähr sagen, wie es ist und wie es sich anfühlt. Weil ich war mal vor dem Kampf gegen Emeev, hat mein Coach gesagt, ja, wir müssen aufpassen auf die harten Hände. Und dann haut Emeev mich zweimal und ich denke mir so, hart ist das halt nicht. Weißt du, ich muss vielleicht eher aufpassen auf das harte Ring und wusste halt, dass seine Schläge nicht so gefährlich sind. Bei Jared würde ich jetzt meinen, der hat halt ein sehr solides Stand-up und kommt halt mit, sage ich mal, harten Händen nach vorne, ist nicht so stark im Rückwärtsgang. Ich würde ihn eher so, ja, als einen technischen Brawler bezeichnen, keine Ahnung, schwer zu bezeichnen. Ich meine mal, der hat halt auch gegen zwei Hochkaräter gekämpft und gegen zwei Hochkaräter verloren. Alan Juban ist halt kein No-Name, ist jetzt vielleicht nicht Topspitze in unserer Gewichtsklasse, aber ist auf jeden Fall kein No-Name. Und Abu Bakr ist halt, ja, aus dem Nurmagomedov-Klan und jeder weiß, dass die Jungs halt richtig gut kämpfen können und stark sind. Und von daher, wir haben uns beide Kämpfe angeguckt. Sascha hat den jetzt auch schon noch ein bisschen mehr studiert und auch noch andere Fights gesehen, angeguckt und so. Wir sind halt zuversichtlich, dass wir das knacken können. Und ich bin zuversichtlich, dass ich ihn auch finishen kann, was die anderen beiden Jungs jetzt noch nicht konnten. Aber ich denke halt einfach mit der wenig Vorbereitungszeit, dass er noch Gewicht machen muss und dass er halt, ja, jetzt natürlich unter Druck steht und so. Das werde ich mir schon nicht nehmen lassen. Du sprichst es schon genau an, der Druck. Er steht jetzt eigentlich ziemlich sicher mit dem Rücken zur Wand nach den zwei Niederlagen. Also denke mal, wenn er sich auch dir geschlagen geben muss, dann dürfte es für ihn das erstmal sein. Du hast die kurzfristige Gegnerveränderung. Er springt kurzfristig ein. Sind das dann etwa die gleichen Voraussetzungen oder würdest du sagen, du hast eher einen Vorteil? Das ist, glaube ich, wer das jetzt im Kopf entscheidet. Das ist halt so, ob man sich da jetzt noch übelst groß verrückt macht und sich jetzt noch rein versteift. Weißt du, also ich bin jetzt so, Mounir ist abgehakt, den sehe ich nicht mehr. Das ist auch nicht mehr in meinem Kopf. Und jetzt ist es halt nur Jared. Und von daher ist es jetzt wie, als ob ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit auf Jared vorbereitet habe. Ich werde mich jetzt einfach fokussieren. Ich werde den Jungen am Freitag beim Way-In sehen. Dann werde ich ihn fühlen. Dann werde ich sehen, was da rüberkommt. Und dann gibt es am Samstag ein Feuerwerk an. Ansonsten muss ich sagen, es ist jetzt einfach, es ist vielleicht 50-50 vom Kopf her. Weil er kommt ein bisschen unbekümmert in den Kampf, hat aber wahrscheinlich im Hinterkopf, Scheiße, ich habe schon zweimal verloren, muss jetzt abliefern. Bei mir ist es so, ich habe mich halt eigentlich auf einen langen, großen Striker vorbereitet, der sehr technisch kämpft. Ich muss jetzt ein bisschen umstellen. Und von daher denke ich vielleicht 50-50 vom Kopf her. Aber bei mir ist auf jeden Fall die Fitness und das alles, denke ich, schon besser. Ja, das war ja quasi dein Makel in deinem UFC-Gebüt. Einfach, weil du nicht genügend Zeit hattest, um dich körperlich für drei Runden fit zu machen. Jetzt ist es vielleicht eben auf der anderen Seite ja so. Könnte also dann das entscheidende Quäntchen sein. Wie geht es denn am Samstag raus? Was ist denn deine Prognose? Also Finish hast du ja schon gesagt, aber hast du dir da irgendwas Genaues vorgestellt? Ich bin kein Mystic Mac, aber keine Ahnung. Aber du hast mal im SPG trainiert. Das musst du abfärben. Vielleicht verwandeln wir uns irgendwann in Mystic Nick. Keine Ahnung. Also ich würde ihn auf jeden Fall gerne finishen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich hau in der ersten oder zweiten Runde K.O. Es kann passieren, dass er einen Fehler macht und ich hol mir seinen Rücken, weil das habe ich gedrillt bis zum Umfallen. Und dann choke ich ihn aus und bin naked choken und lass ihn einschlafen. Das kann auch passieren. Wir gucken, warten, was der Kampf ist. Alles, was ich versprechen kann, ist, dass es ein sehr guter Kampf wird. Das ist alles, was ich versprechen kann, dass ich halt versuche, wirklich alles zu zeigen und dass es halt Klick macht im Fight und dass ich das alles abrufen kann, was ich jetzt hier im Sparring hatte. Ich hatte High-Level-Sparringspartner wie Strickland und Levi und Sascha und habe halt mit denen richtig hartes Sparring noch machen können vor meinem Training und habe da halt auch ziemlich gut ausgesehen. Und deswegen bin ich halt sehr selbstbewusst, dass es halt am Samstag halt positiv ausgeht. Ja, da drücken wir auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Bist du ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht doch der K.O.M. Event ist, den du jetzt zumindest für ein paar Stunden hattest? Naja, Quatsch, überhaupt nicht. Also klar, wäre krass. Also es wäre jetzt schon ein bisschen dolle krass von so schnell diese großen Veränderungen. Aber mich stört das nicht. Wir sind auf der Main Card. Das alleine ist halt schon krass genug. Mich freut es, dass die deutschen Fans zu Hause auf der Zone gucken können. Und ich bin happy einfach, dass es jetzt langsam losgeht. Weißt du, ich habe jetzt so lange gewartet, das ist jetzt über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal gekämpft habe und so. Und ja, ich will halt jetzt einfach in den Flow kommen, dass ich halt einfach öfters kämpfen kann und öfters zeigen kann, was ich kann. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil du ja auch schon gesagt hast, du bist jetzt auch schon seit ein paar Wochen da, hast ja bei den Kämpfen auch von Halitar und Dustin Stolzfuß, ja, ich sage mal, Parade gestanden oder an der Seite gestanden so ein bisschen. Wie hast du jetzt diese Atmosphäre aufgesogen in den letzten Wochen in Vegas? Das ist ja dann doch irgendwie was ganz anderes. Ich sage mal, am Anfang war ich richtig überwältigt und auch nicht geschockt, sondern einfach überwältigt von dem, was die hier aufgebaut haben, was die hier mit dem Apex Center und mit dem Performance Institut auf die Beine gestellt haben. Das ist halt einfach nur ultra krass. Das hast du so halt einfach noch nicht gesehen als MMA-Kämpfer. Und du wirst halt hier behandelt wie halt ein richtiger Profiathlet. Du fühlst dich halt wie jemand von der NFL oder von der NBA, weil die sich halt einfach um alles kümmern. Dein Essen wird gekocht, du kriegst deine Physio, deine, was ist alles, das war schon richtig heftig. Ansonsten habe ich halt viel mit Dustin Zeit verbracht und bin natürlich auch ein bisschen traurig und geknickt, dass es halt natürlich für ihn nicht positiv ausgegangen ist, weil ich weiß, dass er auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt hat und hart trainiert hat. Bei Khalid, ich kenne Khalid halt nur vom Sehen und wir sind gut miteinander. Er ist ein sehr guter, junger Mann. Und ja, was soll ich sagen, die Jungs haben halt natürlich auch starke Gegner gehabt. Ja, das darf man natürlich nicht, darf man nicht sagen. Der Kasache ist ein richtig starker Mann. Und der Vieira, was soll man über den sagen, den kennt jeder. Den gucken wir schon, seitdem wir BG Weißgurte sind. Den kennt man einfach schon immer. Das ist halt das Fight-Business so. Ich hoffe einfach nur, dass die deutschen Fans zu Hause die Jungs halt einfach ein bisschen trotzdem supporten und unterstützen, weil das, was die an Arbeit hier reinstecken und so und wie die uns auch hier repräsentieren, ist halt höchstes Niveau. Im Performance-Institut spricht jeder nur gut von uns Deutschen, weil wir uns halt vernünftig benehmen und höflich und nett sind und halt einfach unsere Arbeit machen. Und das ist halt mir wichtig, dass halt unsere Reputation in der Welt halt auch stimmt. Weißt du? Dass hier keine Holzköpfe herfliegen und irgendeinen Mist bauen, das ist halt mir wichtig. Und ja, ich hoffe einfach, dass es für die beiden weitergeht. Ich hoffe, dass Dustin nochmal einen richtig geilen Kampf kriegt. Bei Khalid mache ich mir eigentlich keine Gedanken, dass da irgendwie nicht weitergeht. Und ansonsten, ja, habe ich das einfach aufgesogen. Ich war jetzt nicht bei den Fights direkt dabei, ging nicht, weil das halt Bubble war. Apex, du bist da nicht mit reingekommen und ich stand halt bei keinem von den Jungs mit in der Ecke. Von daher habe ich jetzt nicht irgendwie dieses Fight-Feeling aufsaugen können, aber ich habe jeden Tag im Cage trainiert, im originalen UFC-Cage und ich habe das Feeling in mir, würde ich sagen. Also warst du dann mit Dustin auch bei dieser UFC 264 bei dem Public Viewing im Hotel? Ja, ja. Ja, aber allein da musst du auch schon eine Stimmung rüberkommen, die man sonst nicht kennt. Ja, ja, wir waren auf jeden Fall. Das war auch geil. Ich meine mal, ich hatte Back-to-Back geile Events. Ich war eingeladen als VIP-Gast und Meet & Greet bei den High Rollers, was ein sehr geiles Event war, wo halt auch Nate Diaz war und halt Rodriguez, Joe Schilling, Jack Shields. Das war halt schon eine Gruppe, wo man dann da so daneben steht, wo man sich so denkt, alter Schwede, was machst du hier eigentlich? Aber das ist halt einfach jetzt die Zeit, wo man halt dazu zählt und wie man halt einfach dazugehört. Und was ich halt auch mitbekommen habe, ist einfach, dass ich halt vom Niveau her auch definitiv dazugehöre. Ich habe hier etliche UFC-Weltergewichte auch trainiert. Und ich sage jetzt nichts Schlechtes, aber ich sage halt auf jeden Fall, dass ich mehr als mithalten kann. Und von daher muss man sich dann irgendwann auch zu den Reihen zählen. Und bei diesem VIP-Ding im MGM, das war einfach nur ein bisschen, das war halt auch dolle crazy, weil halt einfach alle da waren. Das waren halt, alle UFC-Kämpfer aus Vegas hatten halt dort nur einen VIP-Pass. Chito Vera und Brandon Moreno saßen direkt vor uns und haben die ganze Zeit über die Fights gesprochen. Das war schon geil, muss ich sagen. aber ja, was soll ich sagen, mein Event war halt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Das ist halt irgendwie der Kampf, auf den ich mich halt am meisten gefreut habe. Und dann auf den anderen Kampf wie Thompson und Burns war auch nicht so, wie ich es mir erhofft habe. So von daher, die Fightcard an sich, da kam jetzt noch nicht so viel Feeling rüber. Da hatte ich mehr Feeling als Khalid und Dustin gekämpft und als mehr gekrüppelt, wollte ich meinen. Ja, ich denke, da sprichst du auch vielen deutschen Fans aus der Seele. Die haben sich von UFC 264 deutlich mehr versprochen als das, was es dann gehalten hat. Leider. Der geilste war Bam. Bam Tui Vasa. Der war der geilste. Der aus seinem Schuh trinkt. Der Typ ist einfach nur eine Besse. Also, um jetzt einmal meine eigene Meinung mit reinzubringen, der hat einfach den perfekten Abend gehabt. Er kommt mit den Spice Girls rein und jemanden um, der Frauen verprügelt hat, trinkt danach ein paar Bier auf dem Weg zurück und lässt die einfach noch feiern. Auf jeden Fall. Besser kann man Winning nicht beschreiben als an diesem Haus. Und dann halt einfach auch ein ultra-sympathisches Postfight-Interview. Weißt du, ich meine, sitzt da, ist einfach nur am Lächeln, freut sich und genießt halt. Es sind halt so Momente und Dinge, wo ich mir dann sage, genau so musst du es machen. Weißt du, genieß den Moment, genieß das alles, was du hier hast und genieß alles, was du mitmachen kannst, weil es wird alles nicht wiederkommen. Und ja, einfach geil. Ja, dann hoffen wir, dass du auch so ein paar schöne Momente jetzt am Samstag hast gegen Jared Gooden, vielleicht ohne ein paar Schuhis. Die sind nicht ganz so hygienisch. Aber nichtsdestotrotz, Niklas, wünsche dir und wünsche ich dir auch persönlich alles Gute für deinen Kampf am Samstag. Danke, dass es jetzt noch so früh bei dir in Las Vegas geklappt hat. Ja, danke dir allen. Und du kennst ja das alte Spiel, die letzten Worte an dieser Stelle. Das sind deine. Ja, auf jeden Fall. Also ich danke alle meine Supporter, mein ganzes Team, mein ganzes Magdeburg-Schöneberg, alle, die zu Hause sitzen und mitfiebern und so. Ich weiß, dass ihr euch große Gedanken macht um Public Viewing und um alles. Ansonsten danke an meine Sponsoren, danke an meinen Manager Tim, der mit hier ist, danke an mein Team, an Sascha, beste Grüße an Peter, küsst dein Herz. Und ansonsten Deutschland am Samstag einschalten, supporten, deutscher Junge im UFC-Käfig gibt es nicht so oft und let's go. Ich bin bereit. Let's go. Sehr schön. Internet so ich reopening .